Sag es so, dass du es ernst meinst. Tag 19 Glaubenserklärung Ich erkläre, dass eine Salbung der Leichtigkeit auf meinem Leben liegt. Gott ist immer vor mir. Er hat krumme Stellen gerade gemacht. Sein Joch ist leicht und seine Last ist leicht. Ich kämpfe nicht. Was früher schwer war, ist jetzt nicht mehr schwer. Gottes Gunst und Segen über meinem Leben hat die Last erleichtert. Und den Druck von mir genommen. Ich werfe alle Sorgen ein für allemal auf ihn. Denn er sorgt liebevoll und wachsam für mich. Dies ist meine Erklärung. Göttliche Gesundheitsbekenntnisse Das Wort Gottes ist die oberste Autorität, nach der ich lebe und alle meine Angelegenheiten führe. Das Wort Gottes ist meine Zuversicht, meine Gewissheit und beherrscht meinen Körper, in dem es ihn für immer undurchdringlich für alle Werke des Feindes macht. Halleluja! Ich werde haben, was ich sage in Jesu Namen. Ich bin stark. Ich bin gesund. Ich bin gesegnet. Ich bin reich. Ich bin kraftvoll. Ich bin gesalbt. Ich bin frei. Ich bin geliebt bei Gott. Ich bin geschätzt bei Gott und den Menschen. Ich spreche, was ich sehen will, nicht was ich sehe. Ich bin ein kostbarer Same. Ich bin gepflanzt auf gutem Boden im Hause meines Gottes. Ich blühe wie der Palmbaum in den Gärten meines Herrn. Ich trage reichlich Wucht zu meiner Zeit. Ich bin voll von Saft und Grün im Herrn. Und selbst im Alter werde ich noch frisch und blühend sein. Mein Blatt verwelkt nicht. Und alles, was ich tue, gedeiht in Jesu Namen. Im Namen Jesu wird alles für mich gemacht. Ich bin ein Empfänger jeder geistlichen Segnung in Christus Jesus. Ich bin ein Geistwesen. Mein Geist hat eine Seele. Mein Geist und meine Seele leben in einem physischen Körper. Mein Geist befiehlt meiner Seele. Meine Seele hört zu, empfängt und gibt meinem Körper Anweisungen und mein Körper gehorcht. Im Namen Jesu spreche ich zu meinem Körper. Das unzerstörbare Leben Gottes ist in meinem Leben immer sichtbar und ausgedrückt. Ich spreche Leben zu jedem Detail meines Körpers. Ich spreche zu meinem Verstand. Sei vollkommen wie der Verstand Christi. Und ich befehle dir, sei ausgerichtet durch das Wort Gottes. Ich spreche Leben zu meinen Sehnen und Nerven. Ich spreche Stärke zu meinen Muskeln und Bändern. Ich spreche Vitalität zu meinem Herzen. Ich spreche zu meinen Lungen und Geweben, um die normale Belüftung und das Durchblutungsverhältnis aufrecht zu erhalten. Ich spreche Perfektion zu meinen Nieren, meiner Leber und meiner Bauchspeicheldrüse. Es ist Leben in jeder Zelle meines Blutes. Meine Knochen, Gelenke und Knorpel sind ausgerichtet stark und fest. Meine gesamten oberen und unteren Gliedmaßen funktionieren exzellent. Meine Augen sehen klar und perfekt und meine Ohren funktionieren optimal. Meine Haut ist glatt und gesund wie die eines neugeborenen Babys und Gottes Schönheit. Meine Haarfollikel haben sich gestraft. Ich befehle meinen Haaren an Ort und Stelle zu bleiben. Und wo Wachstum nötig ist, lasse ich Wachstum in meine Haarfollikel. Meine Zähne, Zahnfleisch, Kieferknochen und die Nerven- und Blutversorgung sind alle gesund, stark und perfekt. Alle meine Hormone und neurochemischen Transmitter sind in perfekter Harmonie miteinander und führen ihre Funktionen normal aus. Mein Verdauungssystem ist in der Lage, alle aufgenommenen Nahrungsmittel zu verdauen, zu absorbieren und zu assimilieren. Und die Stoffwechselprodukte werden regelmäßig ausgeschieden. Ich nehme alle Arten von Süchten. Alkohol, Nikotin, Drogen, Bingen, übermäßiger Genuss in Bezug auf Essen, Technologie, Medien, Prokrastination, Klatsch, Faulheit, Verschlafen, Lethargie, Zwanghaftes Kaufen und jede Art von übermäßigem Genuss in Gefangenschaft und in Gehorsam zu Christus. Wie Jesus ist, so bin ich. Alles, was Gott erschaffen hat, ist für mich Leben und Heilung. Deshalb haben Allergien gegen Nahrungsmittel, Staub, Tiere und so weiter keine Macht über mich. Denn Gott hat mir die Herrschaft über die ganze Erde gegeben. Mein männliches Fortpflanzungssystem produziert und deponiert eine ausreichende Menge und gute Beweglichkeit der Spermien. Mein weibliches Fortpflanzungssystem produziert rechtzeitig Eizellen, schützt und ernährt den Fötus bis zur Geburt. Jedes Organ, jedes Gewebe meines Körpers funktioniert in der Vollkommenheit, zu der Gott es geschaffen hat, um zu funktionieren. Und ich verbiete jede Fehlfunktion und Missbildung in meinem Körper. In Jesu Namen. Amen. Ich befehle den elektrischen und chemischen Frequenzen in jeder Zelle meines Körpers, in Harmonie und im Gleichgewicht zu sein und die schlechten Zellen zu verdauen. Meine gesamte menschliche Anatomie, Stoffwechsel und Physiologie ist vollkommen in Christus-Jesus-Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Gott, der Vater, liebt mich. Ich weiß, ich weiß. Gott, der Sohn, liebt mich. Ich weiß, ich weiß. Gott, der Geist, liebt mich. Ich weiß, dass ich es weiß. Shalom. Ich weiß, 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 ich weiß Vielen Dank.